Ich denke, wir sind jetzt mal soweit, um über ein paar allgemeine Trends im Periodensystem zu reden. Eine Sache, die häufig in der ersten Klasse kommt und in der Chemie und natürlich auch in Prüfungen, ist die Ionisierungsenergie. Ionisierungsenergie. Was meint man jetzt damit? Das ist im Wesentlichen die Energie, die du brauchst, um ein Elektron von einem neutralen Atom wegzunehmen. Die Energie, um ein Elektron wegzunehmen. Das ist die Ionisierungsenergie. Und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal darüber zu reden, was eigentlich Ionen sind. Dann verstehst du das besser. Ein Ion ist eigentlich ein Atom oder auch ein Molekül. Wir reden noch über Atome und Moleküle und wie die miteinander verbunden sind. Ein Ion ist ein Atom oder ein Molekül, wo die Anzahl der Protonen nicht gleich die Anzahl der Elektronen ist. Und dann hast du natürlich eine Ladung. Wenn du mehr Protonen hast, dann hast du eine positive Ladung. Wir haben mal beispielsweise Wasserstoff. Das ist also hier Wasserstoff. Das ist ja normalerweise neutral. Und wenn du jetzt ein Elektron da wegnimmst, hast du eben Wasserstoff und ein Elektron. Wasserstoff hat ja eh nur ein Elektron außen und hier hast du dann eigentlich nur noch ein Protonen. Das ist dann positiv geladen und das Elektron ist negativ geladen. Was haben wir also hier gemacht in dieser Reaktion? Wir haben also ein Elektron weggenommen und haben damit Wasserstoff ionisiert. Und in diesem Fall, also dieses Ion, ein positiv geladenes Ion, das Wasserstoff-Ion beispielsweise, nennt man ein Kation. Ein Kation ist ein Ion mit einer positiven Ladung. Und jetzt kann es natürlich auch sein, nehmen wir beispielsweise mal ein anderes Element, nehmen wir mal das Chlor. Aber Cl hat ja sieben Valenzelektronen in seiner stabilen Form. Wenn wir jetzt ein Elektron hinzufügen, dann wird das Cl und wird sehr stabil. Es hat ja dann echt acht Valenzelektronen und hat eine negative Ladung. Das hier nennt man ein negatives Ion und das nennt man auch ein Anion. Und ich merke mir das immer so, in vielen Wörtern ist A immer was Negatives. Denkt man an anormal oder asozial, also eine Verneinung. Und also etwas Negatives. Und ein Anion ist eben ein negatives Ion. Die Ionisierung sollte, Ionisierungsenergie sollte eigentlich Kationisierungsenergie genannt werden, weil es geht ja darum, ein Elektron wegzunehmen. Du willst also etwas, ein neutrales Atom in ein Kation verwandeln. Und jetzt schauen wir uns das mal im Periodensystem an. Was wir ja schon wissen, sind welche Atome mögen, wo kannst du leichten Elektronen wegnehmen und wo ist es relativ schwierig. Das haben wir ja schon mal gemacht in den vorherigen Videos. Wir fangen mal wieder mit den Alkalimetallen hier an. Diese hier, die male ich mal blau an. Alle, über die haben wir ja schon viel geredet, die wollen ja alle zur Zauberzahl 8 kommen, in ihrer äußersten Schale. Und dazu wollen sie ganz gerne ihr ein letztes Valenzelektron in der äußersten Schale loswerden. Nehmen wir beispielsweise mal Kalium. Hat also ein Valenzelektron in seiner vierten Schale. Es will es unbedingt loswerden und möchte dann wie Argon werden. Und es wäre sehr schön fürs Kalium. Also diese hier wollen unbedingt ihre Elektronen loswerden. Es braucht also relativ wenig Energie, um sie zu kationisieren. Die haben also niedrige Ionisierungsenergie. Und was ist eigentlich mit denen hier drüben? Was ist mit Neon eigentlich los? Ist es schwierig für Neon, einen Elektron wegzunehmen? Naja, also Neon ist total glücklich. Es will überhaupt keine Reaktionen eingehen. Es will einfach in Ruhe gelassen werden. Ist einfach völlig glücklich. Sagt, lasst mich in Ruhe mit meinen Elektronen oder Argon und Krypton. Alle diese Edelgase. Könnt ihr euch vorstellen, es ist ziemlich schwierig, denen ein Elektron zu klauen. In was wegzunehmen. Also wenn du von links nach rechts gehst, kommst du von niedriger zu hoher Ionisierungsenergie. Die wollen also immer ein Elektron loswerden. Die wollen immer zwei loswerden. Und sie würden natürlich gern beide loswerden. Und das erste geht relativ leicht weg. Das zweite geht nicht so leicht weg. Ihr wisst ja, alle wollen stabil werden. In jedem Fall ist es so, der Trend ist es so, die rechts wollen auf gar keinen Fall ihre Elektronen losbekommen. Dieses hier ist ganz kurz vor Neon und will also auf gar keinen Fall zurückhüpfen. Will auf jeden Fall immer nach rechts hüpfen. Der Trend ist also relativ klar. Vor allem, wenn man sich die Extremfälle anschaut. Der hier rechts will Elektronen bekommen. Der links will sie loswerden. Und ja, ihr habt es glaube ich schon verstanden. Gut, was passiert jetzt, wenn ich von oben nach unten gehe? Wenn ich jetzt in diese Richtung, jetzt gehe ich erstmal die Gruppe hier entlang. Wir haben uns ja schon mal Akali-Metalle, die haben wir uns ja schon mal angeschaut. Wenn wir jetzt also runtergehen, siehst du ja, dass die Elektronenzahl immer größer und größer wird. Also hier unten, das hat zum Beispiel 55 Elektronen, das Cesiumatom. Und dieses 55 Elektronen ist natürlich viel, viel, viel weiter von dem Kern entfernt als das beispielsweise hier oben bei Lithium, das dritte. Dieses 55 Elektronen hat eine viel, viel schwächere Anziehung an dem Kern als das hier oben. Wenn das Atom also immer größer und größer und größer wird, dann wird es für die Elektronen immer leichter wegzukommen. Also das Cesium wird also viel leichter, seine Elektronen loswerden als das Lithium. Also die Äonisierungsenergie wird niedriger, je weiter ich nach unten komme. Und beispielsweise sogar Xenon, dem kannst du leichter Elektronen wegnehmen als dem Neon. Also die allgemeine Regel ist so, ist, dass die Ionisierungsenergie zunimmt, wenn du nach oben gehst. Und du brauchst ja das gar nicht zu merken, du kannst es ja jetzt auswendig lernen, aber wenn du es später im Leben mal wieder brauchst, dich einer fragt, hey, was hat eine höhere Ionisierungsenergie? Cesium oder Kohlenstoff? Cesium hier ist super weit weg vom Atom, vom Kern. Dieses 55, ich will ganz gern weg, wenn das noch was ist mit Fluor. Dieses hier ist ja fast schon beim Neon dran und Neon ist super glücklich. Hat eine stabile Konfiguration und du kannst dir also vorstellen, dass es für das Fluor ziemlich schwer ist, ihm Elektronen wegzunehmen. Wir haben jetzt also über die Energie geredet. Hier unten niedrige Energie, links unten sehr sehr hohe Energie beim Helium. Das ist ein Trend. Das ist die Bereitschaft, es wegzugeben und hier ist die Bereitschaft, welche anzunehmen. Und das habe ich hier beispielsweise, das habe ich von Wikipedia. Das sind die wirklich gemessenen Ionisierungsenergien und die Leute haben sich also früher diese Muster angeschaut und dann kamen sie überhaupt erst auf die Idee vom Periodensystem. Und was sie nämlich gesehen haben, wenn wir die Anzahl der Protonen erhöhen, gleichzeitig die Anzahl der Elektronen, dann sehen wir hier diese wiederkehrenden Perioden. Und deswegen hat man das das Periodensystem genannt. Hier fängt es beispielsweise mit dem Wasserstoff an und mit 13,5 Elektronenvolt. Wir könnten das auch in Joule umrechnen, wenn du das lieber willst. Helium ist viel, viel stabiler. Da brauchst du fast die doppelte Energie, um ihm Elektronen wegzunehmen. Wenn du jetzt von Helium weitergehst, hier unten, was haben wir hier? Das ist ja das Lithium. Lithium hat die Atomanzahlperioden Nummer 3. Das heißt, wird das relativ leicht. Du brauchst nur 5 Elektronenvolt, um ihm Elektronen wegzunehmen. Und wenn du dann weiter nach rechts gehst, dem Periodensystem, dann steigt die Ionisierungsenergie wieder an. Und hier gibt es dann so kleine Kipperler, die sind etwas, die sind interessant, machen wir ein andermal. Geht also nach oben, so ein Neon. Neon ist ein Edelgas, ist total glücklich. Wenn du jetzt ein Elektron mehr hast, dann bist du beim Natrium. Und schwupp ist die Ionisierungsenergie schon wieder ganz niedrig. Es geht sogar ein bisschen niedriger als das Lithium. Hier siehst du einen zweiten Trend. Der erste Trend sind die Edelgase. Ich mach es mal, jetzt kannst du alles sehen. Helium ganz, 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 ganz schwer. Neon ist ganz, ganz schwer, aber schon ein bisschen weniger als Helium. Und weil die Elektronen schon weiter vom Kern weg sind, dann kommt Argon, das gleiche Muster. Argon ist gar nicht so unterschiedlich wie das Wasserstoff. Dann kommt Krypton. Schwer, das Elektron wegzunehmen. Und kaum großer Unterschied zum Argon. Dann hast du Xenon. Dann gehst du zum Radon runter. Sinkt also immer ab. Und du siehst auch der Abstand zwischen diesen Perioden. Der nimmt zu. Xenon hast du hier. Hast du diese ganzen D-Block-Elemente. Also wenn du beim Argon, hier fangen wir mal hier an, das ist S- und P-Block-Elemente. Hier ist der D-Block, die D-Block-Elemente. Jetzt hast du hier mehr Unterscheiden, die du auffüllen musst. Hier auch. Und hier, bevor du zum Radon kommst, füllst du den F-Block auf. Und das ist der Grund, weshalb dieser Abstand hier immer größer wird. Der allgemeine Trend ist so, wenn du nach rechts gehst, von links nach rechts, wird es immer schwieriger, ein Elektronen wegzunehmen, weil jeder will zur Zauberzahl von 8 kommen. Die Edelgasses sind schon da. Wenn du dann wieder eins weiter gehst, bist du sofort wieder bei Atomen, die unbedingt ihre Elektronen abgeben wollen. Der zweite Trend ist, wenn du eine Gruppe runter gehst, das ist beispielsweise die Gruppe der Edelgase, nimmt die Ionisierungsenergie ab. Der Grund dafür ist, dass der Abstand vom Kern zu den Elektronen einfach zunimmt. Die Valenzelektronen sind einfach weiter weg vom Zentrum und dadurch nimmt quasi die Energie auch ab, die die haben. Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste von der Ionisierungsenergie. Und das brauchen wir später wieder, wenn wir über Metallcharakter beispielsweise reden. Wir berichten jetzt hier die Ionisierungsenergie. Untertitelung des ZDF, 2020